Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trinkinbacher, Person Trainer aus Karlsruhe, zum Thema Krafttraining, überhaupt allgemeines Training, ob das Krafttraining ist, Ausdauertraining, ob das Crossfit ist, ob das Fitnessbodybuilding ist, ob das Bodybuilding ist, das ist völlig Wurst, Krafttraining im Alter, oftmals wird das eigentlich widersprochen, viele Menschen sagen, naja, ich bin jetzt schon 50, naja, ich bin schon 55, naja, ich bin 60, also für mich ist das Krafttraining nichts mehr, nee, 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 das muss ja nicht sein, ich muss jetzt kein Krafttraining machen, weil es ist ja gefährlich. Grundsätzlich ist das natürlich eine absolut falsche Einstellung, und zwar die meisten Menschen, die tun sich einen riesen Gefallen, wenn sie natürlich im Alter von 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, das ist eigentlich völlig Wurscht, sagen, jawohl, ich übernehme Verantwortung für meinen Körper und ich erhalte meine Struktur. Ganz einfach, jeder Mensch unterliegt natürlich dem Prozess, dem Verfallprozess, und der beginnt eben früher oder später, eins schon ab dem 25, 30 Lebensjahr, nämlich ab dann haben wir unsere höchste Wachstumshemonstellation erreicht, ab danach geht es immer so ein Stückchen weit nach unten. Es gibt gute Beispiele von Menschen, die sehen noch 40, 45, 50, 55, 60, zum Teil besser aus wie so mancher 25-Jähriger, und da fragt man sich, wie geht das, sind das dann genetische Wunderwerke? Ja, um Gottes Willen, die nehmen doch bestimmt irgendwelche Drogen, nee, nehmen sie eben nicht, und sind auch keine genetischen Wunderwerke, sondern sie bewegen einfach ihren Arsch, ganz einfach. Sie tun was für einen Verfall, und das ist auch richtig so, aus einem ganz einfachen Grund, entweder wir tun was für einen Verfall, oder wir können dann natürlich mit 45, 50, 55 den ganzen Tag jammern. Wie schlecht mir es geht, da habe ich da ein Auer, da habe ich da ein Auer, dann brauche ich die Tablette, dann brauche ich die Tablette, brauche ich die Tablette. Die Pharmazie freut sich ganz klar, weil solche Menschen braucht sie, damit natürlich auch die Pharmazie schon am Leben erhalten wird, deswegen macht schon weiter so. Oder sagt, nee, mache ich eben nicht, sondern ich gehe meinen Weg, ich gehe nicht den Weg, weil es heißt, naja, mit 45, 50, 55 macht man sowas nicht mehr. Nee, ich sage, okay, ich übernehme Verantwortung und melde mich im Fitnessstudio an, beziehungsweise buche mir vielleicht mal einen Pörsentrainer, jawohl, und zwar einen guten, lass mir zeigen, was ich machen muss, mache zum Beispiel auch ein Home-Fitnessgerät, beziehungsweise ein Home-Fitness mit dem Körper eigener Last, gehe ins Fitnessstudio, gehe Outdoor, gehe Walken, gehe Walken, wenn bitte Walken, Intensivwalken, keine Stücke schleppen. Gehe Mountainbike fahren, gehe auf den Dringendief fahren, tatsächlich, selbst auf den Dringendief fahren, wenn es richtig macht, ist eine gute Belastung. Ja, und dann gehe ich her und gehe zum Beispiel in der Woche zwei, drei Mal, gut wäre drei Mal, 45 bis 60 Minuten ins Training und belaste meinen Körper intensiv. Warum? Die Systeme, die wir benutzen, die werden auch im Leben gehalten, das heißt, sei es die Muskulatur, sei es natürlich auch stabile Bänder und Sehnen, sei es die Knochenstruktur, das adaptiert alles, das heißt, es passt sich dessen an, was wir tun. Wenn wir nichts mehr tun, dann wird natürlich die Funktionsfähigkeit aller Systeme eingeschränkt und deswegen sieht man auch oft Menschen, die sind gerade mal 55, 16, haben ein sehr eingeschränktes Bewegungsbild, die haben ein sehr eingeschränktes Bewegungsverhalten, aus einem ganz einfachen Grund, weil der Körper natürlich schon degeneriert ist, weil sie natürlich im Büro sitzen, acht, neun Stunden, dann nochmal im Auto fahren, eine halbe Stunde, dann zu Hause auf dem Sofa verbringen und sonst keinerlei körperliche Belastung mehr haben. Das einzigste wahre und überhaupt funktionierende Anti-Aging-Konzept ist intensive Belastung und zwar nicht nur im Ausdauereich, sondern auch im Bereich des Krafttrainings und natürlich nicht nur im Bereich der Trainingsmaschinen, sondern auch der Freihandelübung und dazu natürlich noch eine gesunde und eine artgerechte, bedarfsgerechte Ernährung und man hat bis ins hohe Alter, bis ins hohe Alter einen Riesenspaß an seinem Körper. Und das ist es auf jeden Fall wert, dass man was für seinen Körper tut und nicht hofft, dass die Krankenkasse einen vom 60. bis zum 80. Lebensjahr mit Arzneimitteln versorgt und einem dann irgendwann, ihr wisst, was ich meine, genau aus diesem Grunde, wäre es ganz gut, auch egal wie alt ihr seid, lasst euch mal das so in den Kopf gehen, wie wäre es denn, wenn man mal wieder ein bisschen Sport macht, intensiven Sport macht, also nicht nur Alibisport, sondern richtig intensiven Sport. Und Verantwortung über den eigenen Körper, habt ihr lange Spaß dran, Muskulatur wird erhalten, Wachstenshormone werden gebildet, eure Sexualhormone bleiben aktiv, eure Frau freut sich, ja, es gehört alles dazu. Das sind alles Dinge, die noch funktionieren. Und jetzt, wer es jetzt gerade gedacht hat, oh, jetzt fällt mir gerade was ein, stimmt, meine Frau hat sich beklagt. Krafttraining, Krafttraining und gute Ernährung. Und der Flottitaliener steht in der Tür und singt der Frau zu. Das war es, Andreas Rienbacher, zum Thema, funktionales Krafttraining, Ausdauertraining, intensives Training im Alter, aber nicht vergessen, Technik vor Last, auch für die ältere Generation, lasst euch es zeigen, wie es richtig funktioniert und habt ihr auch viel Spaß dabei. Das war es, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe zum Thema, egal wie alt ich bin, ich bewege meinen Arsch. Das war es, den DOM von Vielen Dank.